Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich hatte es ja schon mal in einem Short, also in einem Kurzvideo gezeigt, dass es mitunter möglich ist, über eine Android-TV-Box das Xbox Cloud Gaming zu betreiben. Also, dass ihr quasi aus eurer Android-TV-Box eine Konsole macht und dafür nichts anderes braucht, wie zum Beispiel einen Xbox-Controller, einen Playstation 4-Controller, einen Playstation 5-Controller. Ihr könnt das Ganze auch per Bluetooth verbinden. Wichtig ist immer beim Controller, dass ihr guckt, wie ihr in den Kopplungsmodus kommt. Gerade wenn ihr per Bluetooth das Ganze macht, meistens ist es ein Drücken von zwei Tasten, wenn der Controller aus ist, zum Beispiel die Playstation-Taste und oben links die Taste gleichzeitig drücken, bis es blinkt und dann könnt ihr das Ganze über die Android-TV-Box koppeln und somit verbinden. Für mich ist ja Cloud Gaming immer noch ein Thema, gerade wenn ich überlege, wenn ich nicht unbedingt eine Konsole kaufen will, gelegentlich spiele oder einfach sage, ich habe einen Fernsehen, der das unterstützt, muss nicht immer eine Android-TV-Box sein, kann das Ganze natürlich auch über ein Handy machen, über ein Tablet oder wie auch immer, über ein Mac, über ein PC oder was auch immer und kann somit natürlich jedes x-beliebige Spiel, was zum Beispiel jetzt in dem Fall beim Xbox Cloud Gaming dabei ist, streamen, ohne dass ich die gewisse Hardware-Voraussetzung brauche, wie eine Konsole, die die ganze Arbeit übernimmt, nämlich das macht dann dementsprechend der Cloud-Anbieter. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben und es würde mich wirklich mal interessieren, ob ihr Cloud Gaming nutzt, welchen Anbieter, weil ich finde, es gab schon viele, viele sind wieder verschwunden, sang- und klanglos, selbst glaube ich, die Telekom hatte mal so ein Angebot oder hat es noch, ich weiß es nicht, ich habe jetzt nicht recherchiert, aber meines Erachtens gab es es mal, es gab auch viele kleine Anbieter, die waren dann weg. Ich finde, es wird noch lange dauern, bis wirklich klassisch eine Hardware verschwindet, wobei der Gedanke halt wirklich gut ist, dass ich nicht immer irgendein Gerät brauche, was einzig und allein dafür da ist, um damit zu zocken, sondern wenn ich zum Beispiel im Fernsehen einen Beamer oder was auch immer habe, dass ich mir einen Controller besorge und somit zocken kann. Gibt natürlich Vor- und Nachteile, wenn ich eine Konsole habe, mir das Spiel kaufe, dann habe ich einmalige Ausgaben für die Konsole und das Spiel und beim Cloud Gaming habt ihr ja immer ein Abo. So, Abo ist immer so eine Frage, mittlerweile ist ja alles nur noch im Abo erhältlich. Da hat, glaube ich, jeder seine Meinung zu, wenn was wirklich gut ist und Support gibt, es ist ja egal, ob ich als Creator jetzt zum Beispiel eine Dope-Abo habe oder was auch immer, dann ist es irgendwo okay, aber schade ist, dass es gänzlich verschwindet und ich gar nicht mehr sagen kann, ich kaufe mir jetzt für irgendwas eine Lizenz, habe denn ja das Ganze und wenn ich auf eine nächste Version möchte, gebe ich halt wieder Geld aus oder bleib halt auf der anderen. Hat so alles seine Vor- und Nachteile, heute gucken wir uns das Ganze an. Was braucht ihr für eine Android-TV-Box? In meinem Video jetzt hier nehme ich die Homematics-Box 4K R+. Was für ein langes Wort. Und wichtig ist, im Play Store ist die APK. APK wissen wir alle, die Installationsdatei oder die App nicht verfügbar. Wir müssen uns also im Internet, ganz normal und ganz legal, weil wichtig ist, selbst wenn ihr die App installiert, braucht ihr natürlich ein laufendes, bezahltes Abo, um Xbox Cloud Gaming zu nutzen. Aber leider ist es nicht im Play Store. Ich packe wie alles immer in die Videobeschreibung. Das, was geht, wenn nicht, kommt auf meinen Discord zum Beispiel. Alles das, was man hier irgendwie nicht unterbringen kann, bringe ich dort unter. Ist alles noch in der Entstehung, noch relativ klein. Aber ich packe es dort mit rein, kommt da gerne mit rein und tausche euch aus. Und ansonsten nutzt gerne die Kommentarfunktion. Ich will es nicht allzu lang halten und ich will jetzt auch wirklich anfangen. Was mir aber nochmal wichtig ist und wo ich euch auch gerne mal mit ins Boot holen würde und mich gerne mal eure Meinung interessiert. Ich sehe immer mehr bei kleinen und großen YouTubern, dass die Werbung ein großes Thema ist. Ihr müsst verstehen, wenn ich als kleiner YouTuber oder ein großer oder wie auch immer, egal ob das jetzt ein großer Umfang ist oder viel Arbeit für das Video oder wenig. Es entsteht Arbeit und man braucht ja gewisse Tools, um das zu erstellen. Und da ist die Frage, YouTube geht dagegen vor. Das ist meine Meinung, wirklich, da platziere ich mich. Finde ich gut, dass Adblocker immer mehr verdrängt werden, sodass wirklich eine Werbung halt laufen muss. Weil das System ist ja folgendes. Ihr konsumiert was, es hilft euch, ihr guckt eine Anleitung oder wie auch immer. Und ich zum Beispiel habe ja auch damals angefangen mit YouTube, um zu helfen, um mein Wissen quasi weiterzugeben, um Leuten zu helfen, die vielleicht irgendwo hängen, das gerne machen wollen würden oder wie auch immer. Und dann ist halt das, was man zurückgeben kann, wirklich, indem man die Werbung schaut. Man kann ja auch wegschauen und man kann sie auch irgendwann überspringen. Aber da würde mich mal interessieren, was ihr für eine Meinung zu habt. Weil gerade, man kann ja auch ein YouTube-Abo machen zum Beispiel. Man kann ja einen Kanal auch wirklich unterstützen, indem man ein Abo macht. Man kann Superfanks machen, also eine einmalige Spende. Aber irgendwo muss ja irgendwas zurückkommen, damit sich das Ganze auch wirklich erst mal vom Aufwand rechnet. Dass man als kleiner YouTuber davon nicht leben kann. Das sollte eben klar sein, dass ich nicht draußen irgendwo einen Porsche zu stehen habe oder so. Ist auch klar. Aber das würde mich wirklich mal interessieren. Lasst mich mal daran teilhaben an euren Gedanken, dass ich das mal so ein bisschen aufsaugen kann und für mich da wirklich mal irgendwie Gedanken machen kann. Weil für mich stellt sich dann irgendwann die Frage, wenn man nichts zurückgibt und immer nur genommen wird im Sinne von, man konsumiert und sorgt dafür, dass keine Werbung läuft, dann ist einem letztendlich der Creator, ob groß oder klein, einfach nur noch der, der die Arbeit hat, das Ganze bereitstellt. Aber keiner gibt so richtig was zurück. Kommen wir zurück zum Thema. Und wir haben auch genug jetzt gequatscht. Was braucht ihr? Wie gesagt, ihr braucht einen Controller. Ihr ladet euch die dementsprechende APK herunter. Und oft kommen ja auch die Fragen, kann ich denn APKs installieren oder Programme außerhalb des Playstores? Funktioniert selbstverständlich. Dann kommt immer eine Meldung, ob ihr das Ganze zulassen wollt, weil Android merkt natürlich, ihr habt hier eine App außerhalb des Playstores und ihr sollt natürlich die Risiken kennen und euch darüber bewusst sein. Weil wenn ich was aus so einem App Store, sage ich jetzt einfach mal, Play Store oder wie auch immer beziehe, ist es in der Regel auch so, dass es geprüft ist und normalerweise das Ganze nicht schädlich ist oder irgendwas ist, was ihr nicht wollt. Dem stimmt ihr zu, dann könnt ihr es installieren. Guckt doch immer, woher ihr das Ganze holt. Es gibt genug Seiten, wo man APKs herunterladen kann. Aber auch da guckt immer, ich packe es wie gesagt in die Videobeschreibung auf den Discord. Und wenn ihr die installiert habt, wir gucken uns jetzt erstmal nochmal ganz kurz hier die Xbox Cloud Gaming Seite an. Und ihr habt das ja auch nochmal, es ist wie gesagt eine Beta. Beta heißt immer, es ist keine finale Version. Es wird daran noch gearbeitet und es kann zu Fehlern kommen. Und eins kann ich vorneweg sagen, ja es kommt ab und zu zu Abbrüchen oder es klappt vielleicht nicht auf Anhieb, aber das ist eher die Seltenheit. Aber es passiert, aber das weiß man, wenn man was nutzt, was halt noch nicht final ist. Und selbst wenn es final ist, kann da auch mal passieren, dass es fehlhaft ist. Und ihr seht ja hier schon, ihr könnt das Ganze auch mit dem Handy betreiben, Controller ran, mit dem heimischen Fernsehen. Und dann könnt ihr auch gucken, weil glaube ich so funktioniert es, kompatible Geräte. Ihr habt das Android und da ist dann halt immer klar, Android OS 6.0 oder höher, das ist jetzt nun kein Hit mehr. Oder für mobile Geräte oder für mobile Geräte. Und dann bezieht ihr es aus dem Play Store, wenn es verfügbar ist. App Store, wenn ihr ein iOS oder macOS System habt oder Samsung Galaxy Store. Wenn es aber nicht angeboten wird, geht man den Weg über die APK und kann sich dann ganz normal einloggen. Und dann könnt ihr quasi alles, was im Game Pass drin ist, wofür ihr bezahlt, dann auch mit dem dementsprechenden Gerät spielen. Wir gehen jetzt mal rauf auf die Box. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, die Hometics Box. Wenn ihr die App installiert habt, vielleicht habt ihr es schon im Short gesehen, vielleicht auch nicht. Für den, der es nicht geschaut hat, abonniert gerne den Kanal, kostenlos aktiviert die Glocke und verpasst ihr auch die Codes-Videos nicht. Weil da packe ich immer Dinge rein, um die Codes anzuteasern oder Dinge zu zeigen oder auf eure Kommentare vor allen Dingen einzugehen. Es gibt den Sideload Launcher und den kann ich ganz normal über den Play Store beziehen. Den lade ich dort ganz normal herunter. Und wenn ich den habe, öffnet sich hier so eine Oberfläche. Und dann sehe ich natürlich Apps, die ich außerhalb des App Stores oder Play Store installiert habe, die mir sonst nicht angezeigt werden. Ihr habt sie installiert, sie laufen auch im Hintergrund, sie sind auch verfügbar, werden aber nicht über euer Android TV oder Google TV angezeigt. Da müsst ihr den Weg gehen über den Sideload Launcher und könnt dann auch die Verknüpfung aufrufen. Und seht ihr sie vor allen Dingen, weil so im Hauptmenü wird sie nicht erscheinen. Finde ich vollkommen okay, den Weg. Gibt Schlimmeres. So kommt ihr wenigstens an die Apps, die ihr installiert habt. Und wenn ich jetzt hier den Xbox Game Pass öffne, sind wir auch schon drin. Ich habe wie gesagt einen Playstation 5 Controller verbunden. Ihr könnt das Ganze auch mit einem PS4 Controller oder wie auch immer machen. Und dann habt ihr hier schon, ich habe hier mal eine Tastatur mit meinem Trackpad angeschlossen, damit ich euch das mit der Maus ein bisschen zeigen kann. Habt ihr den Reiter Cloud. Und darum geht es ja um Cloud Gaming. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr seht ihr schon, zurück ins Spiel springen. Ich habe hier schon mal FIFA 23 ausprobiert, Far Cry 6 und so weiter und so fort. Oder ein Forster-Teil. All das könnt ihr dann quasi zocken. Und wir gehen jetzt einfach mal rein bei FIFA zum Beispiel. Wenn ihr das Ganze bestätigt, seht ihr schon, Spiel abbrechen. Jawohl, haben wir es. Ist aber nicht weiter schlimm. Jetzt gehe ich auf Spiel abbrechen. Ne. Zack. Gehen nochmal rauf. Und schon läuft das Ganze. Also wenn nicht gleich eine Fehlermeldung kommt, dann könnt ihr euch auch gewiss sein, dass diesmal alles schick ist. Mag vielleicht beim Spiel, wo ich gerade, oder wo zwischengespeichert wird und es wurde gerade noch nicht zwischengespeichert, vielleicht ein bisschen blöd sein. Aber so ist es nun mal bei der Beta. Wie gesagt, da kann es zu Fehlern kommen. Bin da sowieso relativ human eingestellt, was die Sache angeht. Was Hard- und Software angeht. Es ist nichts perfekt. Genauso wie wir es auch nicht sind. So und jetzt sind wir quasi schon in FIFA 23 drin. Haben unsere Android TV Box, haben Controller, haben die App einfach installiert, haben unser Abo und schon können wir loslegen. Jetzt gehen wir mal auf Spielmodi hier. Nicht wundern, ich habe den Sound jetzt aus. Schnelle Spielmodi. Dann machen wir einfach mal Anstoß. Und Fußball ist ja auch ein Thema. Geht ja bald los. Ihr könnt ja mal schreiben, für welches Land ihr seid. Und jetzt nicht schimpfen, nein, ich bin nicht für Deutschland. Ich bin Italien-Fan durch und durch. So. Und dann geht das Ganze auch schon los, wie ihr seht. Und rein performant ist es auch. Wichtig ist natürlich, dass ihr eine dementsprechende Internetleitung habt, dass das Ganze funktioniert. Dass ihr jetzt nicht gerade, je nachdem, was ihr für eine Internetleitung habt, die langsamste habt. Verbindet eure Geräte auch immer am besten mit dem Ethernet-Kabel. Nicht mit WLAN, wenn es denn geht. Damit ihr die bestmögliche Verbindung habt. Und schon sind wir drin im Spiel. Und schon können wir loslegen. Mach jetzt hier gerade nicht die beste Figur. Und was am Anfang natürlich ein bisschen verwirrend ist, ihr habt natürlich immer die Xbox-Tasten, die angezeigt werden. Also da muss man sich ein bisschen umdenken. Oder nimmt halt gleich einen Xbox-Controller, je nachdem. Aber da ist man relativ schnell drin. Gerade wenn man viel zockt, noch die Zeit da vor allen Dingen für hat. Na, jetzt kommt noch mal her. Links mal einmal Richtung Tor. Diese Hilfen würde ich jetzt gerne abschalten, weil die echt nervig sind. Das sieht doch gut aus. Ah, da ist keiner. Na komm, einmal jetzt hier. Schuss aufs Tor. Jawohl. Hat er gehalten. Und ihr seht schon, das läuft das Ganze. Ich finde es ziemlich cool. Und wenn ihr jetzt raus wollt, könnt ihr ganz normal natürlich auch euch im Spiel bewegen. Könnt ihr ganz normal raus. Weil solange ihr das Spiel gestartet habt, ist es wie, als wenn ihr im Spiel drin seid und es gerade geladen habt. Und dann kommen wir natürlich auch wieder ganz normal, jetzt muss ich kurz überlegen, über die Playstation-Taste. Genau in dieses Menü. Und dort könnt ihr dann ganz normal das Spiel beenden. So, Spiel beenden. Zack. Und was denn immer für eine Meldung kommt, wurde getrennt. Das ist jetzt kein Fehler oder so. Wir haben sie ja getrennt, die Verbindung, indem wir das Spiel abgebrochen haben oder beendet haben. So, und dann können wir ganz normal wieder rein ins Menü. Sind immer noch drin in der App. Können natürlich auch wieder zurück in die Android-TV-Oberfläche, indem wir einfach dann auf die Playstation-Taste zum Beispiel drücken, um die App halt zu beenden. Was gucken wir uns jetzt nochmal an? Außer, nochmal. Genau. Gehen wir da nochmal rein. Sieht gut aus. Kam zu keiner Fehlermeldung. Ihr seht schon, es passiert wirklich gefühlt von zehnmal, vielleicht einmal. Dann klickt man nochmal rauf und dann funktioniert das Ganze. Und so macht ihr einfach eure Android-TV-Box zur Konsole. Und für die, die es wirklich gelegentlich machen und jetzt nicht sagen, ich will mir jetzt irgendwie für mehrere hundert Euro irgendwie eine Konsole holen. Das lohnt nicht. Erholt man sich einen Controller und los geht's. Also, das ist irgendwie so mein Gedanke dahinter. Und, ja, man bleibt flexibel, weil die Abos ja beim Xbox Cloud Gaming zum Beispiel auch monatlich kündbar sind. Ihr schließt für einen Monat ab und wenn ihr die automatische Verlängerung deaktiviert, habt ihr das dann so lange, wie ihr es wirklich haben wollt für die Monate. Jetzt lassen wir ihn hier mal noch synchronisieren. Und das könnte man mit jedem x-beliebenden Spiel, was jetzt hier beim Cloud Gaming angeboten wird, fortführen. Ich habe vorhin noch schon mal probiert, den Flight Simulator, weil ich den wirklich cool finde, mal zu starten. Aber dann wird es ja ein bisschen tricky von den Tasten her und so. Wäre wahrscheinlich auch möglich. Aber da muss man sich wirklich reinfuchsen. So, ich bin jetzt einfach mal rein ins Spiel. Jetzt hier nichts groß gestartet oder so. Irgendein Event oder so. Und ihr seht, auch das läuft flüssig. Achso, ich habe jetzt gerade manuelle Schaltungen oder was? Okay, ich habe mich jetzt mit den Tasten noch nicht auseinandergesetzt. Ihr seht schon. Ne, zurückspüren wollen wir auch eigentlich nicht. Ich bin ja eher der, der Automatik fährt hier. Das ist die Frage. Ihr seht schon, mit den Tasten sollte man sich wirklich vertraut machen, bevor man hier anfängt und ernsthaft spielt. Aber wo können wir jetzt hochschalten? Ah, okay, ich habe es. Geht jetzt hier auch nicht um meine Fähigkeiten des Fahrens bei Forza. Einfach nur, um euch mal einen Eindruck zu verschaffen. Jetzt müsste ich wahrscheinlich wieder runterstellen. Okay, gehen wir mal raus. Wir haben die Playstation-Taste. Zack, Spiel beenden. Schon sind wir wieder raus und können das nächste Spiel starten. Und so könnt ihr denn quasi mit eurer Android-TV-Box das Ganze machen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, nutzt die Kommentarfunktion. Und wie gesagt, wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, nutzt doch einfach die Möglichkeit, abonniert kostenlos den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dahin.